Hallo Paul, schön, dass du heute da warst. Du hast dich ja heute für die Barrierefreiheit eingesetzt in der Innenstadt für Jugendliche mit Behinderung. Wie zufrieden bist du denn mit den Ergebnissen von der Diskussion heute? Ich bin sehr zufrieden. Ich war heute zum allerersten Mal dabei. Okay, das freut mich. Wie fandst du denn generell die Stimmung? Also waren die Personen, mit denen du diskutierst, offen und freundlich? Ja. Ich fand die Personen ganz offen und freundlich. Das freut mich. Also bist du so im Nachhinein sehr zufrieden mit der heutigen Jugendkonferenz? Ja, bin ich. Sehr schön, dann vielen Dank. Danke. Danke.